Komm Cookie, hier nimm dein Cookie wieder Muss aber voll heilen, oh Trichter Was bringen diese Lava-Steine eigentlich? Keine Ahnung, Licht Erstmal 300 Öfen mitnehmen Ich kann die in den Schiffel reinschmeißen Bauen wir Pistons? Weiß ich nicht Letztung Repeater, Pomporate Können wir irgendwas bauen oder was übertriebenes? Ja wir können was übertriebenes bauen Ich bin ganz überlegen, eine automatische Melonfarbe zu bauen Können Teile nicht umbasteln Wie anders aussehen wie ein Schiffel Wollen wir nicht erstmal das andere Zeug dahinten holen? Warte, ich nehm mir mal ein paar Pisten mit Gibt's eigentlich irgendwo Lava? Ja Ja, warum? Weil wir nehm nicht 50% davor Ja, ich hab zwei Eimer mit bei mir Deswegen, ich hab... Die Quest hab ich fast... Die Quest hab ich fertig Die Quest hab ich fertig Ok, ich glaub das reicht erstmal Ah ne ist noch Let's go Let's go Wir fighten Clashen, fighten, clashen... Boah, die Cookies halten ja gar nicht, ne? Ich muss cashen, ich muss fighten Hinter die auch Ich muss cashen, ich muss fighten, ne? Ja, ich muss cashen Äh, Coilis, alter Ja, dafür brauchen wir ja Z-O-Squads 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 Ich brauch mir die andere Ebene Aber eh läuft Ich muss mich nicht mehr Höh 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 Wo ist sie? Hinter mir Ach so ne kleine Die kommen von oben und töten uns Guck mal, die Schweine warten da schon. Das ist ja alles so. Richtig, wir kämpfen. Wir können gar nix machen. Nein! Pass auf! Der macht uns erst mal den Eingang zu dieser Sau. Warte, gehen wir mal. Warte mal, ich kann jetzt hier hoch gehen. Ich hab nur noch eine Fackel. Oh, da ist ne Kiste. Oh ja, geil. Ist richtig gelogen. Blut, 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 blut. Ach, wir haben dieses Mesa-Gebiet ja außen, ne? Ja, ja, ja. Die Worte gibt's. 30 Nitzrohnen, geil. Anwarsch. Ich glaub, wir haben das andere Gebiet schon. Das Mesa haben wir schon, ja, ja. Aber wir wollen doch erst mal das hier abarbeiten. Entschuldigung. Wir nehmen das doch jetzt erst mal komplett auseinander. Ja, wir nehmen jetzt erst mal... Warte mal, wir geben... Lass mal hier unten gucken, war doch hier. Wenn ihr so eine ganze Zeit weitermacht, kommen wir bei den anderen Sachen nicht weiter. Ach, da hat man schon Quests einfach. Einfach alles, die ganze Dinge erst mal leer rollen. Ja. Den übertreibt wieder mit Klicki. Cookie-Clicker. Cookie-Clicker, guck mal hier. Ja, Cookie-Clicker. So, weiter geht's. Ja, ich muss erst noch Cookie essen. Moment, ich mach ihn offen. Minispinne, Minispinne. Oh. Ja, ich mach auf den linken Block. Ja, ich mach auf den linken Block. Okay, weitergehaben. Linker Block. Okay, ich mach oberhalb, dann können sie nicht weg. Okay, ich mach wieder offen. Okay, da ist irgendwas bestimmt noch. Boah, Mops, ey, komm doch her. Ja. Die chillen hier oben, Alter. Pass auf. Geht rein, direkt. Geht rein, direkt. Ausgust. Viel Leben hast du noch. Ja. Ich hab nur 300 verloren und soll so Minispinne. Hier sind Kisten. Aaaaah. Moment, Moment, Moment. Etwas eben schnell, sonst räg ich nicht mehr. Aua. Boah, diese Drecksviecher, ne? Ich rack nicht mehr. Oh mein schacki Gott, oh mein schacki Gott. Hilfe, 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 Hilfe. So, D, der rack dich. Ja, ich rack dich. 20,5. Fast halt vielleicht weiter. Ähm. Oh, wie weit geht das denn noch hier rein? Wir brauchen Fackeln. Ach, ich hab noch welche. Ja. Schmeiß mal die Hälfte oder so. Nee, wir wurden hoch, hab ich grad bekommen. Pass auf. Wir müssen hier durch. Ich muss ja gar nicht essen, aber ich muss, ich regle viel. Kennst du noch das Golden Egg Flash? Ja. Mh, hab ich grad bekommen. Ist auch eine Spinne von oben? Hab schon. Komm, mach das hier unten irgendwo, das Golden Egg. Na ja. Wir dauern doch ab. Ja genau, einfach hier irgendwo die ganzen Dinger kaputt gemacht. Wir müssen einfach mal das auseinandernehmen. Ich komme. Ach, schau. Was ist denn da hinten, Alter? Ja, deswegen. Ich will da hinten. Oh, das ist... Setzt du Fackeln, setzt du Fackeln, setzt du Fackeln nur. Ich hab noch sechs. Sollte dir ein Spinnnest reingegangen, oder? Nee, da hinten ist ein... Da hinten ist das Feuerskelett. Ich hab dir gesagt, oh, das ist eine Kiste. Ja, hab ich schon gelootet. Oh, ich muss recken, ich muss recken, recken, recken. Ja, weg geh. Ich mach weiter, ich verteidige. Okay. Ich muss einen Fräsen. Mach doch einfach weiter da vorne. Ja, geh bei mir ruhig hier hin. Doch, fällt mir sechs. Ich renne hier echt noch mit'n Steinschweiterung. Das ist doch langweilig. Die Spinnen wollen ja hier halt an der Wand rumrückeln. Das macht kein Spaß. Wird ihr helfen? Ja, ich... Wie kannst du... Alter, die hatten ja gerade zwei Herzen festgezogen. Naja, die Kleinen sind richtig mies. Oh, die Seite hier, ne? Wie die hier... Ich kann mal vorbeicheaten. Komm... Ja, hier kommen wir vorbeicheaten hier. Mach mal ne Fackel bitte rein. Pass auf, da hinten ist ein fettes Skelett. Dirtküper! 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 Geh weg! Oh! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg, da hinten ist eine Schmau. Nein, ich bleib hier. Hast du euch durchgebaut oder was? Nee, nee, das ist so... Wir haben nix mehr durchgebaut. Wir sind ums Spinnen uns geworden gerade. Ja. Oder um dieses... Ja, nächstes weiß ja nicht den Namen. Kann man nur so nennen lassen. Alter! Wo? Geh hier sie? Ja, ich weiss nicht. Sie hat mich aber nicht getaggt. Sie hatte dich im Target. Äh... Ich kenne so aus, ob viele... ...spieper explodiert sind. Ah... Oh, scheiße. Hi, kleine Spinne Hast du Fackeln mit Zinzus? Wenn du schon gegen ihn kommst? Nö Oh, diese kleine Spinne, ne? Wie viel Leben zieht der denn ab? Der bohrt wieder Fackeln ab Ja, das ist schon so gut Das ist hier rein, kaputt, ne Weg, 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 ich muss erst regen Ich hab nur noch 3 Herzen Komm, Dörfüber, gegen ihn kommt Das ist die Spinne Komm Bin ich auf der Spinne Ich töte eine Spinne, kommt gleich die nächste Geh, nur mach mal Oh, Dörfüber, oh Ich hab den näher geholt Ich wollte die einmal an der Seite vorbei Weg, 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 weg Guck mal den, nehm den, die Spinne Ach, okay, Yolo Wo ist Geld? Oua Ich geb mir Glück Sollt ihr eigentlich rechts oder links lang? Nö Geradeaus durch, da ist ein Loch Und dann, ne, dann musst du runter gehen Hallo Seid du's? Der weiß gar nicht wo wir sind Der gammelt da rum Der gammelt immer noch da hinten rum Die checkt irgendwo Hinter dir ist ne Spinne Hinter dir ist ne Spinne Mann, deine Mutter ist ne Spinne jetzt Ach, Zintus ist unter uns, guck mal Jetzt bin ich unter euch Oh, du hast Half Life Ja, das Weg Da hat's voll im Skelett Das vertickte mich Jawoll Ey, wie ist das denn hergekommen? Ja, das ist mir grad gefolgt Ach, hier an der Seite, ja, hier, diesen, diesen Weg hier, genau Pass auf, Schwinde Komm, lass uns hier weg, du Ja Ich muss erst recken Ja, okay, wie dann noch? Äh, drei Herzen, ich muss aber jetzt wieder fräsen Die scheiß Cookies, die halten nicht Ne, halten wir auch nicht Was ist das denn hier? Stack? Ich hab'n Stack Entschuldigung Ja, hab' ich auch Noch wieder offen Party hart und so Jetzt werden sie gefickt Du bist so ein Motherfucker Okay, ich hab' schon Dirtcreeper wieder gesehen Oh nee, das krieg' ich tot Yeaaaay Die drei Hast du einfach noch fackeln? Boah, scheiß Spinne Aua Aua, aua, aua Ich muss ihm äh, ich muss ihm phrasen Ich muss ihm phrasen Du Idiot Hinter dir Soll das Gold eigentlich aktivieren? Jaja Echt Slick? Oh, das geht ab Schnell weg, schnell weg, schnell weg Echt? Ich glaub' das kann aber nicht hochfliegen Geh weg Das fliegt schon hoch, keine Angst Ah, das fliegt schon Oh, es geht ab Yeaaaay Ooooooh Bayblade Time Erstmal F1, Alter Alter Ja, Zehnder steht sich genau in dich rein Ist mir nur egal Pass auf Spinne Das fliegt direkt da drüben Der Kyber Ich geh' dir weg hier Tschüss Hallo Minucentus Leid, geh weg Was ist das? Ich muss ihn leider töten Was ist das? 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 Hey, hat noch wer Fackeln? Nein Wir brauchen Fackeln Das ist so gemein hier, ne? Ich weiß, mein Schwert ist kaputt, ich hab Probleme Wie die alle Zintus-Target Vor allem Hä? Wie die alle Target kriegen Ja, das ist gut Ja Hier oben aber auch Muss mal grad nach oben wieder Ich brauch ein neues Schwert Hier ist... Bring mal Fackeln mit Oh, Centus, bleib mal da Bleib mal da Die haben grad 5 Spinnen im Target Die könnte jetzt alle boxen Ich bock die noch Ich bock die noch Oh nein Bumm Kau.....